Angst vor Unseriösität und Burnout Ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Persönlichkeit, ein Eintrag im Umgang mit Burnout-Podcast. Ich bin gerade dabei, einige Eigenschaften zu behandeln und sie auch vor dem Hintergrund des Burnout zu betrachten. Und eine Eigenschaft ist Unseriösität. Unseriösität soll irgendwo heißen, dass man nicht seriös ist. Was ist nicht seriös? Nicht seriös soll heißen, man ist nicht professionell, man ist nicht zuverlässig, man macht es nicht nach ernstzunehmenden Gesichtspunkten. Also Unseriösität kann verschiedene, wie könnte man sagen, kann verschiedene Formen annehmen. Und manchmal gibt es die Perfektionisten, die wollen nicht unseriös wirken und sie wollen auch Dinge nicht unseriös tun und sie wollen auch nicht mit unseriösen Menschen zusammenarbeiten. Und es sind gerade die Perfektionisten, die auch zu Burnout neigen. Burnout-Menschen oder man kann sagen, Menschen, die zu Burnout eine gewisse Prädisposition haben, sind oft solche, die haben starke innere Antreiber, wie zum Beispiel, du musst gut sein, du musst vollkommen sein, Menschen müssen dich mögen, du musst stark sein, du musst schnell sein. Und diese innere Antreiber manifestieren sich dann auch vor der Angst der Unseriösität. Du hast Angst, einfach mal Dinge einfach mal so zu machen, schnell zu machen, plötzlich zu machen, sie geschehen lassen, sollen doch andere ruhig mal machen. Und wenn es nicht perfekt ist, was soll's? Dann hat man vielleicht die Angst, ja, man wirkt unseriös. Das ist ein gewisser Perfektionszwang. Es gibt ein sogenanntes Pareto-Prinzip und das hat viele Ausprägungen. Eines davon ist, sagt, in 80% der Fällen reicht 80% Genauigkeit und diese braucht nur 20% der Zeit. Menschen, die Angst vor Unseriösität haben, die machen vielleicht in 98% der Fälle alles mit mindestens 98% Genauigkeit und brauchen viermal so lang, als sie brauchen würden, wenn sie da mit 80% Genauigkeit zufrieden sein würden. Und so muss man immer wieder abwägen, welche Genauigkeit ist hier notwendig und wie viel kann ich einfach loslassen? Wie häufig reicht es aus, Unvollkommenes zu machen? Und dann, wie viel Zeit brauche ich dafür, es in ausreichender Genauigkeit zu machen, ohne wirklich unseriös zu wirken? Und Menschen, die sehr gewissenhaft sind, die müssen sich das öfters fragen. Menschen mit hoher Gewissenhaftigkeit sollten öfters ihre Angst vor Unseriösität überwinden und ruhig mal lernen, öfters mal pragmatisch zu sein, öfters auch mal einfach loszulassen, Dinge geschehen zu lassen und ruhig auch mal ein bisschen zu schlampen. Also ein bisschen unordentlich sein, keine Angst vor Unseriösität, insbesondere wenn du jemand bist, der gewohnt ist, sehr exakt zu arbeiten. Ja, das waren einige Gedanken zum Thema Unseriösität und Burnout. Mein Name ist Sukkativ Bretz von www.yoga-vidya.de und bei mir. Ja.